Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Da ist ein Baum gewachsen. Yay. So, dann klauen wir dem doch gleich mal die Blätter. Wir brauchen ganz viele Blätter. Oh, da war die Schere schon kaputt. Die gehen aber auch wirklich rasend schnell kaputt, wenn man da so ein paar Blätter abmacht. Okay, so. So, da haben wir doch schon wieder ein bisschen was. Das sieht gleich viel netter aus, ne? Okay, hier muss dann jetzt auch noch Weg hin. Und zwar genau hier. Und dann auch hier lang. So, damit man da auch lang gehen kann. So, okay. Und hier kommt dann eben die Hecke hin. Da würde ich gerne ein bisschen breiter werden. Hier mit dem Weg. Eben schnell schauen, ob das am besten machen. Äh, ne. So natürlich nicht. Ich wollte das machen. So vielleicht. Okay, dann ist das hier so breit genug, ne? Für den Namen, fürs Namensschild machen. Das kann man ja auch hier draußen. Hier draußen müssen wir auch unbedingt nochmal was aufpeppen, dass auch alles so, so, ja, verweist irgendwie. Okay, so, das, das nehmen wir so. Das ist okay. Ähm, ja, da kommen dann Bäume hin. Aber erstmal das Gras weg, das können wir später wieder hin machen. Ähm, ich würde hier ganz gerne eine Birke hinstellen, aber auch nur eine. Ja, hier vielleicht. Und die lassen wir wachsen. Hallo? Wachse, 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 wachse. Bitte. Äh, dann nicht. Du wächst, du alleine. Warten wir einen Augenblick, bevor wir da nochmal Knochenmehl drauf machen. Da haben wir so wenig von. So, ähm, dann haben wir hier nochmal Hecke. Hier auch Hecke. Ne? Und, ähm, hier... Kurz, genau. Soll nämlich auch Hecke hin. Ähm, jetzt nehme ich da mal die Setzlinge weg. Ich habe wirklich nicht genug Hecke. Das ist ganz, ganz doof. Und, dass die nicht wachsen, ist auch doof. So, eine Schere müssen wir uns gleich nochmal wiederholen. So. Okay, gut. Und den wegmachen. Das müssen wir dann nochmal zur Baumfarme und da dann auf jeden Fall... Huch. Ui. Ordentlich, ähm, Blätter machen. Aber hier haben wir jetzt doch einen schönen Baum. Jetzt müssen wir nur nochmal eine Schere holen. Eine Schere. Wo die mal hinfliegen? Das ist unglaublich. So. Eine Schere. Ähm, da. Nur noch zwei Stück. Oh. Na, da hoffe ich mal, dass die reichen. Also. Jetzt so fürs Erste wird dann die Hecke schon reichen, denke ich. Äh, okay. Bauen wir uns ein bisschen hoch. Hau. Fallen da nochmal runter. So. Da verschwindet schon ein bisschen was an Blätter. Okay. Ich denke, das reicht erstmal. Mal. So. Dann können wir den Baum wegmachen. Alles einsammeln hier. Oh, ein Apfel. Schön, schön. Gut. So. Dann wird hier die Hecke durchgezogen. Äh, bis dahin. Oder ganz bis ans Ende durch. Ja, ganz bis ans Ende durch, ja. Sieht ein bisschen besser aus. So. Und hier. Äh. Habe ich irgendwie wieder einen Denkfehler drin gehabt. Das habe ich nämlich, äh, glaube ich, so gemacht gehabt. Ah. Verdammt. Ja. So haben wir dann da das geschlossen. Ja. So ist gut. Ähm, dann machen wir ein paar Apfelbäume. Ähm, drei. Drei Apfelbäume. Und die kommen hier vorne hin. Und zwar eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, glaube ich. Hm. Doch, das könnte gut passen. Das passt gut. Schön. So, die können dann da wachsen. Hier machen wir einfach nur so ein bisschen, ähm, Knochenmehl-Zeugs hin. Wenn wir denn genug Knochenmehl haben. Und hier einfach, äh, noch ein paar Bäume. Und zwar, äh, hier. 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 Und, äh, puh, hier. Und halt mal schauen, ob die wachsen. Und hier dann einfach nur, äh, so ein bisschen, äh, so ein bisschen Gras. So, dann holen wir uns noch mal ein wenig Knochenmehl mit. Das geht ja schnell, ne? Also ich muss sagen, mir ist aufgefallen, dass diese Apfelbäume schneller wachsen wie, äh, normale Bäume. Äh, das finde ich super. Das gefällt mir recht gut. Äh. Okay, 27 Knochenmehl. Na, hoffen wir mal, dass das erstmal reicht. Ähm, ich würde jetzt gerne mal das Holz hier lassen. Das brauche ich nämlich nicht. Aber den Rest nehme ich erstmal wieder mit. Ähm. Hinten durch. Und da. Liebe Bäume, ihr sollt bitte wachsen. Ach, ich sehe schon, dass das nix wird. Hm. Na, wach schon. Los. Hopp. Zack. Äh. Äh, ja. Okay. Gut, dann machen wir jetzt hier erstmal den, äh, Weg fertig. Dann haben wir nämlich hier, äh, die, den Schaukasten für das Tier des Monats fertig. So. Okay. Huch. Machen wir gleich weg. So, erstmal durchziehen hier. Oh. Gut, dann den noch wegnehmen. Und dann ist das hier eigentlich auch schon fertig. Oh ne, hier fehlt noch. Genau, drei Stück. Das passt doch. Dann kommt hier auch eine Lampe hin. Der Baum ist jetzt da gewachsen. Dann kann die da hin. Ja, sehr schön. Jetzt müssten nur noch die anderen da sich überreden lassen zum Wachsen. Die werden nämlich auch dann hoffentlich ein wenig höher. Ähm, ich hole nochmal unsere Knochenblöcke und, äh, ja, hoffe einfach, dass das, äh, was wird. Knochenblöcke, wir haben ja eigentlich schon noch recht viele, ne? Ui. Ui. Äh, ja, wir haben, wir haben noch recht viel. So kann man es dann auch machen. So, ich will mal eben schnell, äh, das wegmachen. Und, äh, das. Gut. Weil das brauchen wir definitiv nicht mehr. Ach, ich finde das toll. Ach, ich finde das so toll, oder? Das ist so klasse. Mir gefällt das, wenn man das so, so begrünt und so. Das ist ja, also, ähm, man ändert ja so ganz oft so zwischendrin. Also mir geht das so, dem Baustier so ein bisschen, ne? Von, also es ist so, hat sich schon ein ganz kleines bisschen verändert. Und, ähm, ich mache halt viel mehr mit Grün und nicht mehr so viel mit Zäunen und so. Und das, äh, gefällt mir richtig gut. Und es passt, denke ich, ins Resort auch ganz gut rein. So. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir die jetzt überredet kriegen. Ne, die kriegen wir nicht überredet. Das wird nix. Ähm, das liegt wahrscheinlich dann hier an der einen Stufe, was eigentlich einen, äh, Eichensetz, den, oder einen Eichenbaum nicht wirklich interessieren sollte. Ich weiß nicht, warum der hier nicht wächst, was der für Probleme hat. Wir versuchen was, ähm, doch hier. Ähm, ne, hier wächst der auch nicht. Das kann ich auch vergessen. Ähm, wächst du dann vielleicht, wenn ich dich ein wenig weiter nach vorne packe? Ja, na, das hat doch geklappt. Dann, ähm, würde ich sagen, setzen wir den doch einfach mal hier hin. Und schauen mal, was passiert. Wischt. Hallo, hallo, ne, da passiert nix. Da ist nur Knochenmehlverschwendung. Ganz große Knochenmehlverschwendung. Und hier auch. Ach, das gibt's doch nicht. Warum wächst du nicht? Du blöder Baum. Na gut, dann eben nur das hier. Das ist gut. Aber ich glaube, ich hab noch ein paar Rosen in der Tasche. Dann könnten wir da noch ein paar Rosen hinmachen. So. Ähm, ja. Du wächst doch bestimmt schnell. Okay, genau. Dann machen wir hier nämlich auch noch ein bisschen Gras hin. Ach, aber diese blöden Blumen. Die will doch keiner. Zumindest nicht hier. So. Ja, perfekt. Wirklich, wirklich, äh, schön. Ist da noch eine gelbe Blume? Ne, das sind Seeds, oder? Ne, ne, Blume. Okay. Ähm. Ich glaube, ich hatte doch noch Rosen, genau. Äh, man könnte hier ja auch eine Laterne noch hinstellen. Also, hier vielleicht. Mal kurz den Stein und gucken. Ähm. Ja, wenn dann die da vorne, aber nicht die hier. Ähm. Oh, mein Gott. So. Und dann schauen wir mal mit den Rosen. Da und da. Vielleicht ein paar mehr. Hier ein paar mehr Rosen. Oh, mein Gott. Ja, das ist doch schon ganz nett. Ja, und den Rest würde ich einfach so lassen. Ne? Oder? Ich denke, das ist okay. Das hier ist noch ein bisschen leer. Das wird gefüllt demnächst. Und dann kann man nämlich schön hier, wenn man ins Resort kommt, so. La, 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 la. Oh, das Tier des Monals ist, äh, krass. Okay. Und dann kann man nämlich hier rum und Fakten lesen und dann einfach hier wieder gehen. La, 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 la. Oh, das ist aber schön grün hier. Gut, okay. Ähm, genug gesponnen. Dann können wir hier beginnen. Das kommt weg, kommt alles weg. Der, ähm, hier der Außenbereich vom Restaurant kommt weg. Das wird, äh, auch nochmal neu eingerichtet. Und da kommt dann noch ein Kellner rein und so. Also das wird auch nochmal komplett überarbeitet. Und, ähm, hier der Platz natürlich auch. Also der Zaun kommt weg. Komplett weg. Und, ähm, da wird dann auch Hecke hingemassen. Wird alles so ein bisschen grüner. Okay, ähm, ich überlege gerade. Äh, genau. Und hier vorne soll eine Info hin. Also ein Infostand, wo man sich dann eben Informationen holen kann. Wie, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wie viele Tiere hat das Resort. Oder, äh, was ist das Tier des Monats. Oder, ähm, ich weiß nicht. Äh, wo kann man was essen? Wo kann man übernachten? Also so, so Dinge. So in die Richtung soll das gehen. Hier würde ich ganz gerne eine Karte des Resorts hinstellen. Das können wir eigentlich jetzt gleich in Angriff nehmen, ähm, das hinzubauen. Die, ähm, Karte erstelle ich dann, ähm, offscreen. Denn da muss ich hier so rumfliegen. Und ich glaube, rumlaufen ist dann schon ein bisschen schwierig, alle Ecken zu erreichen. Gerade da drüben beim Museum und so. Deswegen mache ich das, äh, offscreen. Und dafür brauchen wir, ähm, einen Kartenhalter. Ähm, Kartenhalter, genau. In Akazie würde ich den gerne machen. Ach, Akazienstufe und Stöcker. Na, das ist ja nicht schwer. Ähm, da brauchen wir von... Fünf und drei sind... Fünfzehn. Fünfzehn Stück. Gut, also das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Da haben wir genug Zeug für. Ähm. Das nehm weg. Akazie. Gut, und Stöcker. Stöcker haben wir aber auf jeden Fall genug. So. Das sind aber nur acht. Ich brauche aber fünfzehn, bitte. Mindestens. Dreizehn. Fünfzehn. Okay. Gut. Das haben wir. Dann brauchen wir Hilfsblöcke. Da habe ich Erde dabei. Na, das ist okay. Das reicht aus. Ähm. Ein Closed Dawn. Habe ich auch dabei. Ja, dann kann es losgehen. Okay. Alles dabei. Und die Map erstelle ich dann über den Atlas. Ich kann euch den mal zeigen. Atlas. Genau. Das Ding hier. äh, den kann man craften, ne? Hier über die ganzen Sachen von, ähm, von der Bibio Craft Mod. Und in diesen Atlas kann man einfach, ähm, Karten reinlegen. Und wenn man den Atlas in der Tasche dabei hat und eben sich bewegt, dann kann man, äh, ja, füllt sich die Karte ganz automatisch und geht dann auf die nächste Karte automatisch und so weiter. Und man kann auch Waypoints und so setzen. Also das könnte man alles über diesen, diesen Atlas regeln. Das ist, äh, ziemlich cool. So. Eins, äh, zwei, drei, vier, fünf. Bis hierher. Ähm, ne? Einen Block brauche ich noch. Ach, dann nehmen wir einen Kobbel. Das ist okay. So. Also hier kommt jetzt die Map dran. Einfach die Rahmen vorne vor. Einfach schön großzügig verteilen. Äh, diese Rahmen, ich baue die mal ab. Ich finde die einfach zu cool. Die könnt ihr auch auf den Boden legen. Ja. Einfach auf den Boden. Könnte man hier den ganzen Boden voll machen. Und man könnte eine Riesenkarte eben auf dem Boden platzieren. Also die sind schon ziemlich cool, diese Dinger. Damit kann man auch, äh, super Sachen verkleiden und so. Also das geht schon, schon richtig gut. Also die sind toll. So. Das Schöne ist, man kann die Blöcke wieder weg machen. Die Hilfsblöcke. Das ist nur einfacher, die zu platzieren. So. Und schon haben wir unseren Kartenhalter hier. So. Dann, äh, wollte ich jetzt hier noch eben einen Clothstone reinmachen. Dass da ein bisschen Licht hinter ist. Okay. Und dann kann man einfach hier mit der Hecke dran vorbei. Und dann einfach auch, äh, die Hecke weitermachen. Hier in diese Richtung. Zack. So. Ähm, ja. Ob wir hier weitergehen mit der Hecke, weiß ich noch nicht so genau. Also ich bin hier schon am überlegen, ob ich die Mauer ein wenig weiter, ähm, raus setze. Ja. Ein wenig weiter. Also so ein, zwei Blöcke. Damit wir hier einfach ein bisschen mehr Abstand noch kriegen. Und das ist mir da ein bisschen zu eng. Mal schauen. Gucken wir dann. Also hier, ähm, machen wir dann auch noch ein bisschen Deko rein. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt tatsächlich erstmal, dass wir relativ zügig, ähm, hier die Info hinkriegen. Und eben auch die ganze, ja, Deko neu machen. Und auch den Platz beim Brunnen. Da ist jetzt ja der Ostermarkt, der ist weg. Da ist jetzt ja wieder der Brunnen. Da, ähm, wird auch noch ein bisschen umdekoriert werden. Also ihr seht, wir haben viel zu tun. Wir haben ja auch noch das anstehende, äh, Schweinegehege. Was ja jetzt unbedingt noch gemacht werden muss. Das werden wir jetzt auch die nächsten paar Parts dann in Angriff nehmen. Also wir haben schon ordentlich zu tun, die nächste Zeit. So. Da ist alles weg hier. Ja, bis, äh, hierher. Die, den Zaun lasse ich erstmal stehen. Der ist nämlich so eine kleine, ähm, Grenze. So. Genau. Und auch hier, auch das ist ja, Dings muss ich ja Hacke nehmen. Hier kommt auch Mauer. Äh, nein, nicht Mauer. Ähm, na. Ach, ich hab's vergessen. Hecke hin. Genau. Und zwar machen wir hier unten dann alles grün hin. Also Gras. Gucken. Ähm, schon mal Erde platzieren hier. So, nur dafür sorgen, dass da irgendwie dann auch Gras hinkommt, dass das Ganze grün wird. Und, ähm, hier füllen wir natürlich auf. Na? Damit das dann eben nicht so blöd aussieht. So, ich bräuchte mal ein Grasblock. Ähm. Äh, mein Inventar ist so voll. Oh, dankeschön. Hab ich den jetzt? Ja. Genau. Und den machen wir jetzt einfach hier dazwischen. Dann kann das nämlich wachsen. Und da kommt dann eben zwei hoch dann die, ähm, Hecke hin. Oh, und da weg wachsen auch schon die Äpfel. Ah. Super. Auf Kommando sind sie gewachsen. So. Können wir das hier nämlich noch alles weg machen. Und dann gleich mal die Taschen leer machen. Mal komplett. Und nur noch das mit schleppen, was man dann auch wirklich braucht. So. Das. Ich glaube, da liegt auch noch was. Genau. Das nehmen wir noch mit. Ähm. Den Zaun hier machen wir auch noch weg. Das machen wir wieder hin. Okay. Aber das kriegen wir alles mit. Dann nehmen wir das hier schon mal wieder mit. So. Und da in die Richtung. Hier kommt dann auch alles, äh, Gras rein. Das ist ein wenig grüner. So. So. Haben wir das hier? Auch gleich. Ah, hier ist. Krass. Das ist, äh, Session. Kann das nämlich schon mal wachsen. Wann nicht noch mehr Erde? Echt nicht? Uh. Weil keine Erde. Das ist ja. Das ist ja ein Ding. Okay. Dann, äh, gehen wir mal eben Inventar leeren. Einfach mal komplett leer machen. Mal alles aus dem Rucksack. Ach, die Ostereier müsste ich dann ja auch noch mal ins Haus rüberbringen, ne? Zur Osterdeko. Kriege ich da noch was untergebracht? So ein bisschen. Oh, ist ja schlimm. Das ist ja echt schlimm. So. Dann haben wir hier aber, glaube ich, einiges unterbringen können. Jawohl. So. Ähm. Das da rein. Das hier lassen wir. Das bleibt alles bei uns. Die Eier mache ich einfach mal in den Rucksack. Die packen wir dann, wenn wir dann im Haus sind, mal um. Die bleiben hier. Mein Klemmbrett mache ich auch erstmal da rein. Die Leine auch. Werkbank. Das können wir noch wegräumen. Die Seeds auch erstmal. Guck mal, so viel Zeug muss dringend mal aufgeräumt werden. So. Okay. Dann ist das Inventar wieder okay. Und dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden. Und im nächsten, ja, kümmern wir uns dann um die Info. Also, bis denn. Ciao, ciao. – Bye. Untertitelung des ZDF, 2020